Wir beide, Herr Wackel und ich, haben nicht nur den Geburtstag fast gemeinsam, sondern, ich glaube, das habe ich in diesen Stunden, die ich hier im Hause bin, gemerkt, wir haben eine Annäherung ans Leben gemeinsam, die uns vielleicht sogar zu Brüdern machen könnte. Für mich ist es sehr wichtig, dass ich eine Idee, die ich umsetzen will, auch wage. Also wenn man unter dem K2 steht, das ist der zweithöchste Berg der Welt, der schönste, der 14.000er, kann es natürlich sein, dass das Herz in die Hose fällt und dass man erschrickt vor der eigens selbstgestellten Aufgabe. Und dann gilt es eben, das Wagnis einzugehen, es auch zu tun. Der Mount Everest, das höchste Berg der Welt, 8.850 Meter, ist natürlich etwas anderes als ein Berg, der gerade über 8.000 Meter hinausragt, denn da sind noch 800 Meter in der Todeszone zu bewältigen. Und es war mir damals schon klar, denn Mount Everest kann ich nur in meinem Stil besteigen, wenn ich auf die Sauerstoffgeräte verzichte. Und diesen Stil nennt man heute den Verzichtsalpinismus. Der Verzicht generell ist ein Schlüssel zur Rettung der Erde. Wir sind sehr viele Menschen auf der Welt, fast 8 Milliarden. Das ist ein großes Problem. Wenn wir aber alle uns bescheiden in unseren Ansprüchen, dann könnten wir besser zurechtkommen als mit der Methode, die wir in den letzten 100 Jahren mit dem Verbrennen der fossilen Brennstoffe vorgelegt haben. Nun habe ich vor allem in den letzten 30 Jahren am oberen Rand dieser Erde festgestellt, dass sich die Welt mächtig verändert. Als ich ein junger Kerl war und in den Dolomiten die schwierigsten Wände kletterte, da war natürlich auch die Verwitterung im Gange. Der Fels war oberflächlich marode oder eben brüchig. Und das ist seit Jahrmillionen so und wird auch in den nächsten Jahrmillionen so sein. Aber in letzter Zeit brechen riesige Trümmer, so große Hochhäuser von den Bergen herunter, weil der Permafrost schwindet. In der Civetta, das ist eine große Dolomitenwand, ist ein Turm heruntergebrochen, 400 Meter hoch, ungefähr 50 Meter tief und 100 Meter breit. Das muss man sich vorstellen. Wenn die Antarktis abschmilzt und Grönland dazu und dieses Eis wird wahrscheinlich in den nächsten 100 Jahren ganz verschwinden und was dann passiert, wissen wir nicht, das weiß noch niemand. Weil dann könnte der Golfstrom aufhören und dann haben wir die Werbepumpe nicht mehr und dann könnte vielleicht auch die nächste Kälteperiode kommen. Denn die nächste Eiszeit kommt bestimmt. Ich bin der Meinung, dass die ganze Klimadiskussion zu heiß vorgetragen wird, hysterisch vorgetragen wird, vor allem von einer jungen Dame. Und diese Hysterik, diese Hysterie tut uns nicht gut. Es ist wichtig, dass wir wissen, was passiert. Es ist wichtig, dass wir gegensteuern. Es ist wichtig, dass wir den Wissenschaftlern ein Ohr schenken. Und es ist wichtig, dass die Techniker eine Möglichkeit kriegen, da und dort etwas zu tun. Nur mit politischen Entscheidungen wird es nicht möglich sein, das Problem aufzulösen. Und das Problem aufzulösen.